Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum das Friedensmanifest und die Demonstration von Altschwarzer und Sarabarenknecht in der Form, wie sie durchgeführt wurde, dem Anliegen von Frieden entgegenläuft, anstatt es zu befördern. Betrachten wir uns im Folgenden erst einmal nüchtern das Manifest und die Demonstration und was wahrscheinlich die Strategie dahinter war, mit welcher Strategie vorgegangen wurde und wie das Ganze klappen sollte. Ein Problem bei dem Manifest aus meiner Sicht ist, dass man den Medien gefallen will, dass man sich ihren Narrativen teilweise anpasst, unscharf Suggestionen weckt und man dadurch erhofft, dass man das Gute übereinberichtet wird. Es geht los mit der Aggression Russlands gegen die Bevölkerung der Ukraine. Jetzt kann man sagen, ja gut, Russland hat ja die Ukraine angegriffen, also es ist eine Aggression gegen die Bevölkerung, eine brutale Aggression gegen die Bevölkerung. Stimmt ja. Aber die Frage ist, welcher Eindruck wird dadurch erweckt? Und vor allem, welcher Eindruck wird dadurch erweckt, wenn man außen vor lässt, dass im Vorfeld die ukrainische Armee den Beschuss um das 30- bis 40-fache erhöht hat auf die Separatistengebiete und davon auszugehen war, dass ein Angriff unmittelbar bevorstand. Die Ukraine 2019 das Waffenstillstandskommen aufgekündigt hat und führende Vertreter davon geredet haben, man bereitet sich auf einen Krieg gegen Russland vor. Des Weiteren ist die Rede von Vergewaltigungen. Und hier ist auch die Frage, es gibt immer und überall auf der Welt Vergewaltigungen. Und die Frage ist jetzt, in welchem Umfang? In dem, was jetzt in dem Manifesto hervorgehoben wird, wird der Eindruck erweckt, mit Belegung der russischen Regierung, die Militärführung macht nicht wirklich was dagegen, werden systematisch Frauen in der Ukraine vergewaltigt. Und da fehlen mir die Belege dafür. Und jetzt sagen vielleicht Sarah Wagenknecht und alle Schwarze, ja gut, wir haben gesagt Vergewaltigung, wir haben nicht gesagt wie viele. Aber das Entscheidende ist die Suggestion. Wenn man das hier erwähnt, dann wird die Suggestion erweckt, es findet in großem Umfang massenhaft statt. Und es wird auch nicht wirklich dagegen vorgehen. Das wäre halt im Krieg so. Und da sprechen Zeugenaussagen eine ganz andere Sprache. In Scherzen war es nach Thomas Röper so, dass die Leute keine Angst hatten vor der russischen Armee. Im Gegenteil, sie bestimmt wurde, Zivilisten, auf sie zugegangen sind und sie angeschrien haben, sie sollen verschwinden. Sie also keine Angst hatten vor den russischen Soldaten. Und umgekehrt, viele Ukrainer, die gehofft haben, dass die Russen bleiben, dass sie verängstigt waren und Angst hatten vor der Rückkehr der ukrainischen Armee. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Aber wenn man einen Eindruck erweckt, wie mit diesen Massenvergewaltigungen, dann möchte ich dafür Belege sehen. Und aus meiner Sicht, das geht nicht, dass man sagt, es ist Krieg, es ist normal. Und einfach weil Krieg ist, ist es dann so. Man muss bedenken, die russische Regierung hat das Ziel, die Bevölkerung für sich zu gewinnen. Weil sie wollen ja die Gebiete integrieren. Sie haben kein Interesse daran, dass Leute sich gegen die Armee verbünden und irgendwelche Anschläge verüben. Sondern im Gegenteil, dass die Bevölkerung mithilft, das zu verhindern. Also sie haben das große Ziel, die Bevölkerung auf ihre Seite zu bringen. Und nach Zeugenaussagen, die mir bekannt sind, falten sie sich auch so. Das hat noch nicht mehr was mit Moral zu tun, das hat was mit reiner Logik zu tun. Und da möchte ich jetzt die Belege haben, dass systematisch von der Führung gebilligt solche Verbrechen geduldet werden. Was natürlich nicht heißt, dass im Einzelfall nicht sowas vorkommt. Aber in der Gesellschaft kommen immer und überall Verbrechen vor. Das heißt, wenn man das heraushebt in dem Text, dann sollten auch Belege da sein, dass es im großen Umfang so ist. Was in dem Manifest nicht steht, dass tatsächlich gebilligt von der ukrainischen Regierung seit 2014 ein Genozid auf die russischsprachige Bevölkerung im Osten des Landes verübt wurde. Und interessant ist auch hier, dass in unseren Medien ausgerechnet Georg Restle das gesagt hat. Auch das ukrainische Militär terrorisiert die Zivilbevölkerung. Es trägt den Krieg mit Artilleriefeuer in Wohn- und Schlafzimmer. Es nimmt kaum Rücksicht auf die Not der Menschen und auf deren Leben offenbar noch weniger. Dies kann, dies darf Europa nicht dulden. So wie Moskau mitverantwortlich ist für eine Soldadeska, die Unschuldige entführt, foltert und mordet, so tragen Europas Regierungen Mitverantwortung für das rücksichtslose Töten einer Regierung, der sie selbst zur Macht verholfen haben. Deshalb braucht es jetzt eine klare Botschaft an die Machthaber in Kiew. Der Terror gegen die Zivilbevölkerung muss beendet, der Artilleriebeschuss von Wohngebieten sofort eingestellt werden. Wenn nicht, macht sich Europa mitschuldig. Dann sind die getöteten Zivilisten im Häuserkampf von Donetsk oder Luhansk auch unsere Toten. Georg Restle kommentierte. Und hier ist noch der Beitrag von Peter Boschenko, der das so angekündigt hat. Im Manifest und auch auf den Demonstrationsreden ist davon keine Rede. In dem Manifest wird der Eindruck erweckt, 2022 habe der Krieg begonnen. Tatsächlich hat der Krieg 2014 begonnen. Und Merkel, Hollande, Poroschenko und Zelensky haben offen gesagt, dass das Waffenstillstandsabkommen in Minsk nur in der Absicht geschlossen wurde, sich Zeit zu verschaffen und die Ukraine aufzurüsten, um dann doch die Gebiete gewaltsamer zurückzuerobern. Und nicht, dass das Minsker Waffenstillstandsabkommen umgesetzt wird, wo die Gebiete ebenfalls an die Ukraine zurückfallen würden, aber sie Autonomierechte hätten. Was für die Ukraine ein guter Deal gewesen wäre. Da die Separatisten die Kontrolle im Osten des Landes damals hatten, es schon Referenten gab und die Staaten ausgerufen wurden von ihnen. Russland ist also eher dem Willen der russischsprachigen Bevölkerung übergangen und ist damit sehr dem Westen entgegengekommen. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass die ukrainische Regierung mit Absicht das Land spalten wollte. Und auch deutet alles darauf hin, dass hinter der ukrainischen Regierung die US-Regierung steht, die die Regierung noch zu Amtszeiten Janukowitsch benannt hat in einem Telefonat. Viele können das wahrscheinlich nicht mehr sehen, aber ich führe das nochmal für die neuen Zuschauer hier auch nochmal auf. Dieses Telefonat der stellvertretenden US-Außenministerin mit dem US-Botschafter Anfang 2014, als Janukowitsch, der rechtmäßig demokratisch gewählte Präsident, noch im Amt war. Was nichts anderes ist, als die Einmischung in ein fremdes Land. Was unerhört ist und vollkommen kriminell ist. Und auch die Ukraine ruiniert hat, weil es seit 2014 wirtschaftlich und in allen Feldern nochmal steil bergab ging. Von einer Demokratie überhaupt nicht die Rede sein kann, sondern die Opposition verboten wurde, willkürlich Medienanstalten geschlossen werden, kritische Journalisten und Oppositionelle um ihr Leben fürchten müssen. Es ist ganz viele politische Morde gibt. Was auch in dem Manifest und auch in den Reden nicht vorgekommen ist. Ich denke Klitschko sollte nicht in der Regierung sein. Ich denke nicht, dass es notwendig ist. Ich denke nicht, dass es eine gute Idee ist. Ja, ich meine, ich schätze, in dem Fall, dass er nicht in die Regierung geht, lass ihn einfach draußen bleiben und seine politischen Hausaufgaben machen. Ich denke, Jatsenjuk ist unser Mann. Er hat die wirtschaftlichen und verwaltungstechnischen Erfahrungen. Was er braucht, sind Klitschko und Jagnebok außerhalb der Regierung. Er muss viermal die Woche mit ihnen reden. Ich denke einfach, wenn Klitschko mit reinkommt und auf dieser Ebene mit Jatsenjuk arbeitet, wird es nicht funktionieren. Ja, ich denke, das ist richtig. Gut. Möchtest du, dass wir als nächsten Schritt ein Telefonat mit ihm vereinbaren? Ich habe das so verstanden, dass es bei dem Anruf, von dem du mir erzählt hast, darum ging, dass die Großen drei ihr eigenes Treffen veranstalten wollen und dass Jatsenjuk in diesem Kontext ein Treffen 3 plus 1 oder 3 plus 2 mit dir zusammen vorgeschlagen hat. Hast du das anders verstanden? Nein, ich denke, das ist, was er vorgeschlagen hat. Aber dieser Vorschlag hat keine Dynamik. Klitschko ist der Anführer. Er wird noch für eine Weile alle Veranstaltungen unterstützen. Er spricht vermutlich gerade mit seinen Leuten darüber. Also, ich denke, wenn du direkt mit ihm sprichst, hilft das beim Personalmanagement dieser drei. Und es gibt dir außerdem die Chance, schnell zu handeln und uns hinter dem Ganzen zu positionieren, bevor sie sich alle hinsetzen und er erklärt, warum er das nicht möchte. Okay, gut, das freut mich. Würdest du mit ihm reden und ihn fragen, wann er darüber sprechen möchte, davor oder danach? Okay, mache ich, danke. Oh, noch eine Sache, Jeff. Ja? Ich kann mich nicht erinnern, ob ich dir das schon erzählt habe oder ob ich es nur Washington gesagt habe. Als ich heute Morgen mit Jeff Ferdman gesprochen habe, hatte er eine neue Kennung für den UN-Typen, Robert Sari. Habe ich dir das heute Morgen geschrieben? Ja. Okay, er hat jetzt beide, Sari und Bon Ki-moon, und überredet, dass Sari schon Montag oder Dienstag kommt. Okay. Ich denke, das wäre großartig, um das Ganze zusammenzuschweißen und der UN dabei zu helfen und, du weißt schon, scheiß auf die EU. Exakt. Ich denke, wir müssen etwas unternehmen, um alles zusammenzuhalten. Biden ist einverstanden. Okay, großartig. Danke. Überhaupt in dem Manifest und in den Reden wird die Rolle der US-Regierung überhaupt nicht kritisch angesprochen. Und aus meiner Sicht, das ist wirklich erschreckend, wie wenig das angesprochen wurde. Es hat auf mich so gewirkt, dass man sich erhofft hat, man verzichtet auf Kritik an den Medien, die das Ganze ausgeschwiegen haben, die die Verbrechen der ukrainischen Regierung systematisch ausgeschwiegen haben, die die vergehende Schurkerei der US-Regierung außen vor gelassen haben. Sie haben wahrscheinlich gehofft, dadurch werden die Medien nicht schlecht berichten. Und sie haben sich getäuscht. Jetzt legt Markus Land sogar nahe, dass Sarah Wagenknecht nicht gekauft ist. Das heißt, jemand wie Sarah Wagenknecht ist eine bekannte Figur dann auch im Russischen? Sehr bekannt und erfreut sich auch einer gewissen Beliebtheit in Russland. Wir hätten gerade in dieser Woche den Vorwurf plötzlich im Raum stehen, sie sei von Putin bezahlt. Etwas, was ich sofort zurückgewiesen habe, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Ich bin mir auch sicher, dass es nicht so ist. Aber allein der Vorwurf, der da plötzlich im Raum steht, weil sie offenbar jemand ist, der dort gut gelitten ist. Ja, sie ist dort in der Tat gut gelitten. Sie ist natürlich keine, wie soll ich sagen, keine populäre Figur in Russland. Aber unter den Politikern in Deutschland genießt sie in Russland halt eben, das ist natürlich alles durch den Filter der Propaganda, sie genießt einfach sehr große Aufmerksamkeit. Und es ist erstaunlich, wie viele einfache Leute in Russland Sarah Wagenknecht tatsächlich kennen. Der Trick hierbei ist, Markus Land sagt, ja, ich glaube nicht, dass Sarah Wagenknecht gekauft ist. Aber er stellt das hier in den Raum und gibt dem viel Raum. Und sagt so, hm, ist es so, ist es nicht so, man weiß es nicht genau. Er verzichtet darauf, zum Beispiel in den Raum zu stellen, ist Scholz gekauft, ist Beine gekauft, ist Strack Zimmermann gekauft. Zudem wird Sarah Wagenknecht von Welt mit Höcke auf einem Foto gezeigt, was auch dazu gedacht ist, sie zu dämonisieren. Das heißt, die Idee, jetzt den Medien in den Hintern zu kriechen, sie nicht anzugreifen, das ist nicht aufgegangen. Es ist wahrscheinlich so, dass Sarah Wagenknecht denkt, ich halte mich an bestimmte Dinge und dann werde ich eingeladen. Und anscheinend bei Maischberger, bei Markus Lanz hat das gut funktioniert. Aber anscheinend hier ist das Kalkül nicht aufgegangen. Noch nicht einmal bei Markus Lanz. Alles Schwarze, Sarah Wagenknecht, sie haben sich gebückt, sie haben bestimmte Narrative nicht angesprochen, wollten dafür verschont werden, aber sie haben trotzdem eins draufgekriegt. Sie wurden trotzdem dämonisiert. Das heißt, ihnen wurde gezeigt, ihr seid zu weit gegangen, wir wollen hier keine Friedensverhandlungen und wenn ihr auch hier glaubt, ihr könnt hier irgendwie damit durchkommen, indem ihr uns hier einschleimt, dann zeigen wir euch jetzt mal, wo der Hammer hängt. Ihr habt hier nicht hier rumzumachen und rumzudemonstrieren, auch wenn ihr glaubt, uns entgegenzukommen. Wir bestimmen hier, wo es lang geht. Wenn ihr euch nicht daran haltet, was wir wollen, dann habt ihr die Konsequenzen zu tragen. Das ist die eindeutige Botschaft, die man jetzt hier rauslesen kann aus dem Verhalten der Medien. Das heißt, die ganze Schleimerei hat nicht dazu geführt, dass man nicht dämonisiert wird. Und was aus meiner Sicht besonders verletzend war, war die Unterzeichnerliste. Oder eher gesagt, wer nicht auf der Unterzeichnerliste ist. Wenn man sich die Unterzeichnerliste ansieht, dann sieht man ganz viele Namen und dann sieht man öfter mal hintendran SPD, Grüne oder auch CSU, Peter Gauweiler. Und es fällt auf, AfD steht nirgendwo dahinter. Und alle Schwarze unserer Warnknecht haben ja auch gesagt, wen sie auf der Unterzeichnerliste sehen wollen und wen nicht, wen sie präsentabel finden und wen sie nicht präsentabel finden. Und es ist jetzt so, dass sie gesagt haben, ja, es darf jeder kommen, der für Frieden ist. Das heißt, nötigerweise dürfen auch AfD-Leute kommen. Aber das ist natürlich eine Ratwürdigung. Das heißt, AfD-Leute sind Leute zweiter Klasse. Und auf der Demonstration waren dann auch Schilder zu sehen von Linke. Und AfD ist schlecht, AfD in den Mülleimer hat diese typischen Hetzlinke-Plakate gegen die AfD. Das war alles auf der Demonstration erlaubt, aber AfD-Schilder hat man keine gesehen. Die AfD-Leute hatten mehr Wut. Also gerade, wenn man jetzt die Rede von Björn Höcke gesehen hat. Er hat die Vorgeschichte erzählt. Er ist den Medien auf die Füße getreten. Er hat die Probleme benannt. Er hat wirksam dafür gesorgt, dass die Leute aufgeklärt werden und sich demzufolge, sie die Medienentäuschung erkennen und sich von den großen Medien abwenden. Sie auch die US-Schugerei, sie das erkennen. Und sie den Zusammenhang erkennen können. Wohingegen auf der Wagenknecht-Demonstration überhaupt keine Aufklärung betrieben wurde. Das heißt, unwissende Leute können überhaupt nicht erkennen, was da dahinter steht. Wie bösartig das Verhalten der US-Regierung war in den letzten Jahrzehnten. Und vor allem auch, dass die Ukraine, die Ukraine-Regierung, dass es ein verbrecherisches Regime ist. Das die eigene Bevölkerung schikaniert, terrorisiert, ermordet. Und dass man demzufolge natürlich keinen Cent dahin überweisen darf. Und man keine einzige Waffe dahin liefern darf. Stattdessen ist in dem Manifest aber die Rede von einer Eskalation der Waffenlieferung. Es wurde nicht gesagt, man soll keine Waffen dahin liefern, sondern es war nur von einer Eskalation der Waffenlieferung die Rede. Wenn man die Vorgeschichte kennt, die ja sogar Georg Restle beschrieben hat, 2014 und sie benannt hat. Wenn das der Bevölkerung bekannt ist, dann wird mit einem Schlag klar, dass man natürlich keine einzige Waffe und keinen einzigen Cent dahin liefern darf. Auch auf gar keinen Fall. Und dass es sehr wohl Belege dafür gibt, dass die ukrainische Regierung gezielt auf Zivilisten schießt. Und zwar permanent. Auch jetzt auf Krankenhäuser, Heimarsbeschuss auf Krankenhäuser. Wenn man RT liest, es kommen ständig Meldungen von Beschuss auf zivile Einrichtungen, die fernab von jedem Militär sind. Die keinen militärischen Nutzen haben, die nur der Verbreitung von Terror dienen. Und das ist nicht erst seit 2022 so, das ist seit 2014 so. Das Asap-Bataillon, sie haben die Zivilisten als Geiseln genommen. Haben Leuten, die aus dem Haus rausgegangen sind, die versucht haben zu fliehen. Sie wurden erschossen. Das musst du dir mal vorstellen. Dafür gibt es viele glaubhafte Zeugenaussagen. Und das wird von den Medien hier überhaupt nicht untersucht. Das wird einfach ausgeschrieben. Kein Wort darüber. Und aus meiner Sicht, das nicht zu thematisieren, das ist eine Schande. Und wenn man jetzt redet von, man ist für Frieden und man ist für Menschenrechte und man ist gegen die AfD und so weiter und so fort. Und man thematisiert das nicht. Oder auch allein der Abriss der russischen Denkmäler. Das ist nazihaft, weil das richtet sich ja nicht gegen Putin und gegen die politische Führung von Russland. Das richtet sich gegen Russland. Das richtet sich gegen die Russen. Das ist keine Kleinigkeit, wenn man Freundschaftsdenkmäler von Russland abreißt. Das zeigt ja ganz viel. Und auch wenn jeder Oppositionelle, der nicht russlandfeindlich ist, wenn er aus dem Land fliehen muss, wenn er verboten wird. Das ist ein einziger Wahnsinn. Und auf der Warenknecht, eine schwarze Demo, kein Wort davon. Sondern sie füttern das Narrativ des Friedensschwurblers. Darüber mögen wir lachen und denken, ja gut, das ist ja wirklich ein blödsinniger Vorwurf. Aber wie ist die Logik in den Altmedien, wenn man keine Informationen hat? Dann wirkt das kurzsichtig. Ja, alle Schwarzen und Sarah Warenknecht, sie wollen für Frieden. Aber sie sehen ja nicht die Aggression Putins. Natürlich muss man Putin stoppen. Man muss alles tun, um Putin zu stoppen. Und dann ist es natürlich geschwurbeln, dann ist es geschwafel, wenn man einfach Friedensverhandlungen fordert. Wobei noch klar ist, man muss doch hier das Richtige tun. Man muss ja doch die Demokratie fördern in der Ukraine. Indem man das System dort bestärkt. Indem man Silensky stärkt, ihm Waffen zur Verteidigung gibt. Und man muss ja ein Schild gegen Russland halten, sozusagen. Man hat zwar geostrategisch anklingen lassen, dass Russland Neutralität wollte, der Ukraine. Das kam in den Reden schon durch. Aber da haben Hofreiter und Co. wiederum das Argument zu sagen, das ist das gute Recht der Ukraine, Nazi zu wollen. Und man sieht ja, Russland ist ja so bösartig. Sie haben ja allen guten Grund, einen guten Schutzschild zu haben. Das ist ja deren gutes Recht. Das heißt, der Dämonisierung Russlands als Verbrecherstaat wird nicht entgegengetreten. Stattdessen wird es noch gefüttert, unterstützt. Und dabei deutet aus meiner Sicht alles darauf hin, dass Russland nie die Absicht hatte, die Ukraine zu erobern. Und viel wichtiger noch ist, dass die US-Regierung alles unternommen hat, dass Russland diesen Schritt macht, indem Unfrieden gezielt geschürt wurde, indem die Nationalisten in der Ukraine gezielt aufgebaut wurden, 2014 ihnen zur Macht verholfen wurde. Und das ist eben nicht nur Svoboda, das sind alle Beteiligten. Und sie seitdem den Vielvölkerstaat Ukraine in die Luft gesprengt haben. Man stellt sich ja immer vor, in der Schweiz würden die deutschsprachigen Schweizer fordern, die französischen Schweizer, sie dürften nicht mehr Französisch sprechen. Es würde auch die Schweiz in die Luft jagen. Jeder Nationalismus jagt einen Vielvölkerstaat in die Luft, wenn eine Gruppe die anderen schikaniert. Es ist ja nicht nur so, dass die russischsprachige Minderheit schikaniert wird. Es geht ja den anderen Minderheiten nicht anders. All das verschweigen die Medien hier. Und all das verschweigt auch die Warenknecht-Schwarzer-Dienung. Das Hauptproblem, und das ist die US-Regierung, das sind die US-Regierungen, sie werden überhaupt nicht angesprochen. Dabei legen sie ein Land nach dem anderen auf der Welt in Schutt und Asche. Ruinieren systematisch Länder, damit sie oben bleiben. Das heißt, man kann sagen, die USA führen eigentlich den Krieg gegen die ganze Welt permanent. Indem sie versuchen, alle anderen zu schwächen, damit sie oben bleiben. Jetzt haben sie zusammen mit Norwegen Nord Stream gesprengt. Und aus meiner Sicht ist es bedrückend, dass das überhaupt nicht erwähnt, dass die ganzen Waffenlieferungen, die Sanktionen auch dazu da sind, uns zu schaden. Dass sie allen schaden, außer der US-Regierung. Man muss grundsätzlich sein, man muss auch bei der Wahrheit bleiben. Man kann nicht irgendwie die Narrative verbiegen und so denken, man benutzt die großen Medien. In den großen Medien sitzen Profis. Das Problem ist der Konsum der großen Medien durch einen Großteil der Bevölkerung. Und nur wenn man das versucht zu ändern, dann erreicht man wirklich was. Und das Medienverhalten und das Konsumverhalten der Medien kann man nur ändern, indem man die Täuschung offensichtlich macht. Und indem man die ganze Narrative klar benennt. Wodurch die Täuschung offensichtlich wird. Und das geht schon los bei Nine Eleven. Das ist auch bei Kennedy, bei ganz vielen Dingen. Auch bei der Mondlandung. Wenn man diese Dinge erklärt den Leuten, dann verstehen sie das Täuschungssystem. Erst dann können sie es verstehen. Wenn diese Täuschung aufgedeckt wird und sie das sehen, wie es eben wirklich ist. Und deswegen ist es auch wichtig, alles zu erklären den Leuten. Auch und gerade in eine Leffen oder auch die Mondlandung. Oder auch schon ganz viele Ereignisse vorher. Geschichtlich Hintergründe. 1899, der Krieg der USA gegen Spanien. Der angebliche Angriff Spaniens. Wobei das angegriffene Schiff nicht von einer spanischen Mine gesprengt wurde, sondern von innen explodiert ist. Was aber die Medien verschwiegen haben. Wodurch man sieht, das gleiche System, das wir heute erkennen, das hat früher schon genauso funktioniert. Nur haben wir es vielleicht früher nicht verstanden. Ich wiederhole mich jetzt wahrscheinlich und viel langweilt ist, aber es sollen ja auch die neuen Zuschauer es verstehen. Deswegen, aus meiner Sicht, man muss es immer wiederholen. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Wenn ich mich an mich selbst erinnere, wie ich früher getäuscht wurde. Ich habe Amerika, auch die US-Regierung, früher verteidigt. In Diskussionen. Ich habe dieses Narrativ des Weltpolizisten USA geglaubt. Ich habe das wirklich geglaubt. Das muss man sich mal vorstellen. Da schämt man sich heute natürlich für. Aber das Problem ist, dass dieses Narrativ des Weltpolizisten, es wurde argumentativ in den großen Medien, oder jedenfalls für mich, wurde es nicht widerlegt. Wirksam. Und da fallen viele drauf rein. Auch heute noch. Auch wenn es für uns unvorstellbar ist. Man muss dieses Narrativ zerstören, dass die USA Weltpolizist sind. Sondern dass eben genau das Gegenteil der Fall ist. Dass sie nicht Weltpolizist sind. Sondern dass sie genau das Gegenteil sind. Dass sie Länder aus Eigennutz ruinieren. Sich überhaupt nicht an irgendwelche Regeln halten, die sie verkünden. Sondern nur das machen, wodurch sich ihre Position verbessert. Sie sich also überhaupt nicht daran halten, was ich nicht will, dass man mir antut, das füge ich auch keinem anderen zu. Was der Urkern jedes Verbrechers ist. Jeder verbrecherlichen Haltung. Dass man andere abwertet und sagt, ich bin mehr wert als du. Ich lasse mich über die Klinge springen. Zu meinem Vorteil. Das wurde, wie gesagt, ich wiederhole mich, wurde auf der Demonstration überhaupt nicht deutlich. Das alles wurde auf der Demonstration mit voller Absicht, um den Medien zu gefallen, um sich bei den großen Medien einzuschleimen, dass sie möglichst nicht zu negativ berichten, dass sie eine Ruhe lassen, wurde es mit Absicht alles nicht erwähnt. Mit voller Absicht. Und das nutzt den großen Medien und den mächtigen Leuten, die dahinter stehen. Eingeschlossen die US-Regierung. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.